So Leute, wir sind wieder bei 4. Haben ja im letzten Part endlich den Weg gefunden, wo wir langen müssen. Da sind wir hergekommen, jetzt ist die Tür zugegangen. Und nun können wir nur geradeaus laufen. Das mach ich einfach mal. Was war das? Ja. Gut. Laufen wir einfach weiter. So, was gibt es hier? Midi-Pack. Hat aber schon genug. So, hier lang. So, Überraschung. Und dann, wo ist das? Ja, noch jemand? Ja, noch jemand? Oder seid alle da unten? Das war's, glaube ich. Ähm, hier ist was denn? Ah, ne Shopgun. Hab ich selber gefunden. Haha. Na ja. So. Zack. Und zack. Nadelpistole. Jaaaa. Mach ich mal so. Okay. Wir müssen immer noch Vettel finden. Ach gut, keine Ahnung. So. Hier ist aber genug Midi-Packs, finde ich, oder? Man hat nie, äh, zu wenig. Voll im Kopf. So. Das war's auch mit dir. Wir haben den PC. Ähm. Ähm. Okay, da geht's weiter. So. Da leuchtet wer. Ach, das wäre so ein Anrufbeantworter, den eh keiner interessiert. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von... Marshall Tesla. Hi, Marshall Tesla hier. Ja. Wie der sonst? Checkpoint wird gespeichert. Sie wollten zumindest eine Bestätigung. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Ende der Nachrichten. Äh. Ops. Oh Mann, Löcher. Ich hab' so gar nicht gesehen. Oha. Okay. Dupdidu. Au. Okay, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Nein. Moin. Nein. Uiuiui. Oh Gott, ich hab' richtig wenig. Na gut, jetzt geht's wieder. Scheiße, los. Hm. Konnotte! Scheiße. Scheiße, 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 sind wir zu viele? Ehm. und tschüss scheiße sagt er einfach nur ja okay nein ich tue können hier geht es nicht weiter ich muss immer so lange sammeln was anderes kommt weitergerufen endlich wenn sie was wegen der bomben da unternehmen noch ein zivilist hört sich an als sei der mann mit sprengstoff verkabelt ich schicke hilfe rüber und sind sie eine spezialeinheit oder so jetzt alles geschenk ok treffen sie sich mit dem sprengstoffexperten bei den aufzügen die aufzüge die aufzüge die aufzüge die aufzüge wo sind denn aufzüge ok bestimmt hier lang hier ist auch ein checkpoint das ist gut und da wird es dunkel und da muss ich auch ganz sicher hin wa ich muss wohl nicht in die zelle ah ok da bin ich hier ja ok dann gehe ich mal hier lang aufzüge 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 niemand macht sich am sicherheitssystem zu schaffen vielleicht wollen die sie festsetzen und jetzt kommen bestimmt Feinde boah boah ist der böse? nein er ist wohl boah hab ich mich erschrocken ey scheiß oh zwei Stück nein 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 what the fuck was das? oh genau 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 ich verstehe ja ja v Ich mag das nicht, wenn hier so viel los ist und dich alle angreifen. Nicht richtig. Boah. Boah, endlich mal richtige Leute hier. Nein, kriegt man nicht. Weiter mal. Ja, ich bin der Mann. Der kann. Nein. Zurücktreten. Oh, 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 oh. Und tschüss. Das hätte ich nicht gekonnt. Begleiten Sie den Sprengstoff-Expert. Gut. Ja. Wie er da steht wie so ein Quasimodo. Naja, gut. So, so, so. Dann muss ich wahrscheinlich wohl hier rein. Zeigen Sie uns, wo diese Geisel ist? Ja, zeig ich dir. Zeig ich dir, zeig ich dir. Ein Moment. Komm mit, komm, mit, komm, mit. Mitkommen. Oder nicht. Mitkommen, 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 mitkommen. Mitkommen. Ich hätte mich heute krank melden sollen. Ähm. Mitkommen, mitkommen. So. Hier ist er. Haha. Moin. Sind Sie der Bomben-Experte? Ganz recht. Keine Sorge, alles wird gut. Er hat ihn nicht mal gesehen. Schaffen Sie mir das Zeug vom Leiden? Er hat ihn nicht mal gesehen. Das hat definitiv ein Profi verkabelt. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Er ist vielleicht Profi, aber ich bin Meister. Na, angehbar. Feuer-Alarm. Der Bomben in einem Security-Büro auf dieser Etage ausgelöst. Schalten Sie ihn aus, damit die Aufzüge wieder funktionieren. Untersuchen Sie die Ursache des Feuer-Alarms. Boah, ist das creepy hier. Überprüfe das besser. Hm. Ist klar. Wie, keine Muni mehr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gibt es denn hier irgendwo Waffen? Ach, oder so. Ja, sauber. Mr. Bischof, wissen Sie, warum man sie als Geisel genommen hat? Sie haben nach Harlan Wink gefragt. Seine Tochter Alison ist in der selben Arbeitsgruppe. Was für eine Arbeitsgruppe? Wir arbeiten an einer Studie für den Oma. Das bringt in den letzten 25 und 20 Jahren. Warum hat das keiner gesagt? Wo ist seine Tochter Jensen? Ihr Büro ist im Verwaltungsgebäude. Im 6. Stock. Okay, hier ist alles hier mal ziemlich gleich. Ups. Gehe ich mal weiter. Muss ich jetzt da hochfahren? Scheint so, wa? Boah, das Flackern geht mir wohl auf den Sack. Ähm. Ich weiß, wer Sie sind. Alter. Was machst du denn hier? Ich hab dich zum ersten Mal gehört. Deine Stimme. Ich kann meine Tasche aber nicht einsetzen. Was soll das? Wo soll ich hier hin? Guckt mich nicht so an. Ich laufe jetzt nicht weg. Guckt mich nicht so an. Die Bauchzüge funktionieren wieder, aber jetzt wie in alle Feuertüren zu. Sie müssen einen anderen Weg auf das Dach finden. Heute, könnt ihr Mr. Bishop begleiten? Wir werden gut auf ihn aufpassen. Boah, das war jetzt heftig, ey. Treffen sich auf dem Dach. So. Betters, ich bin hier fast fertig. Irgendwelche Theorie? Ich muss ein bisschen im Lagur arbeiten. Okay, gehen Sie aufs Dach zurück und warten Sie da. Es könnte etwas dauern, bis ich Sie da abholen lassen kann. Okay, wo muss ich jetzt lang? Hier durch geht's nicht. Ich glaube mal... Ich muss hier irgendwie... hoch. Ach du Scheiße. Wie bist du denn gestorben? Was? Heftig, ey. Was? Was? Komm. Damit du zur Familie gehörst. Geh rein. Ach du bist festgebunden. Ach deine... Oh, das tut mir aber leid. Na ja. fleeisch. Wie bist du denn? Nee, ich block Once. Peace. Withinике. love��... .